Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Liebe Schülerinnen, ihr habt nicht nur Neugierde gezeigt, engagiert habt ihr mit euren Projekten neue Wege beschritten und zudem neues Wissen erworben. Und das hat euch bis ins Finale des realschulspezifischen Wettbewerbs NANU geführt. Ihr seid die Wichtigsten heute. Es war wirklich beeindruckend, was da in diesem Jahr wieder alles auf die Beine gestellt wurde. Ihr habt vor allem im Team gearbeitet. Und da konnten sich dann eure Stärken und Talente wunderbar ergänzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen tatsächlich zur Preisverleihung. Wannung steigt bei allen, die da sind. Jeder, der heute hier ist, ist schon ein Gewinner, eine Gewinnerin. Ihr habt euch so toll mit euren Projekten auseinandergesetzt. Die Realschule Eberbach für die beste Kühlbox, die Klasse 6b, darf ich da nach vorne bitten. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.